Hast du gemerkt, dass der Papa wieder viel über Calgary nachdenken musste? Ja, schon. Wir haben ein paar Mal über die ganzen Momente geredet. Und was mir auch aufgefallen ist, hat mir natürlich früher schon einiges von Calgary erzählt. Und da sind echt ein paar interessante Parallelen. Abgesehen von den Medaillen sind aus uns ein paar Sachen gesehen, wo ich aus seiner Erzählung schon die Geschichte mit der Eröffnungsfeier, dass es einfach unheimlich viel Motivation und Rückerwind gegeben hat für die Wettkämpfe. Das war bei mir genau das Gleiche. Damals hat er genau gewusst, solange es kalt ist, solange die Temperaturen wirklich kalt bleiben, sind sie mit Kästchen einfach perfekt aufgestellt. Und ich habe mir dieses Jahr genau das Gleiche gedacht. Ich denke, solange so kalt die Temperaturen sind, haben wir behält einfach das perfekte Material. Und es ist wirklich gut gegangen alles miteinander. Also das sind schon interessante Gemeinsamkeiten.